Hi und ganz herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir Remy dazu gebracht in unser Dorf zu kommen. Ich schau jetzt einfach mal aus Interesse nach, wie es bei ihm aussieht. Das haben wir nämlich in der letzten Folge noch gar nicht. Oh mein Gott, wie süß. Ist er hier auch irgendwo? Nö. Das ist so süß. Ich bin gespannt, wie viele Charaktere wir überhaupt allgemein in unserem Dorf haben können. Können wir uns hinsetzen? Oh, ist das süß. Und erst mal am Handy. Ja, cool. Dann würde ich sagen, heute schauen wir einfach mal, was für Aufgaben wir noch erledigen können und müssen. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal bei Remy an. Ja, das ist das einzige Restaurant im Dorf. Und natürlich helfe ich dir auch dabei, das wieder aufzubauen. Hm. Oh. Ah, cool. Wir mussten gar nicht so viel bezahlen. Das ist ja süß. Das ist richtig cool. Können wir zu ihm rein? Oh, wie cool und wie luxuriös das aussieht. Oh, Moment. Ich hatte gerade die leckerste Mahlzeit. Im Remy hat sich mit der Speisekarte wirklich selbst übertroffen. Er spricht davon, die Gerichte basierend auf all den verschiedenen Teilen des Tals zu erweitern. Oh. Das ist so cool. Auch mit der Deko zwischendrin. Das ist echt so cool. Und auch die kleine süße Küche. Oh mein Gott. Oh, ist das cool. Okay. Also, ich kann auch bei ihm kochen. Ich nutze jetzt einfach mal Banane und Oregano. Ups, Salat. Was kann ich hier machen? Ah, ich kann Sachen bei ihm kaufen. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Oh, wie süß. Wie detailliert das alles gestaltet ist. Das ist so cool. Gehen wir mal raus. Gucken wir mal. Aber ich habe mir noch gerade angesehen, was sich drin befindet. Ah, okay. Jetzt. Alles klar. Okay. Wahrscheinlich sollen wir jetzt Tische und Stühle bei Dagobert kaufen. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Ach, süße. Dann gehen wir mal rüber zu Dagobert und gucken, was er für uns heute im Sortiment hat. Also, ich sage mal so, die Sachen hier drauf sind nicht so meins. Die würde ich jetzt nicht ins Inventar, ins Restaurant stellen. Oh mein Gott, diese Schuhchen. So. Die Möbel sind jetzt alle nicht ganz so cool. Das Oberteil ist richtig cool. Oh mein Gott, die Jacke. Ja, ich kann schon wieder kaufen, wie bescheuert war. Ja, ich wollte sowieso was von dir. Hast du noch mehr? Oha, das ist aber nicht... Nötig. Freundlichen Dank. Ähm... Zeige Grüß, Nachbar. Okay, ich kann Dinge bestellen. Möbel. Ähm... 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 Okay. Müssen wir die Sachen auch direkt bezahlen? Fragezeichen. Das wäre nämlich blöd. Gibt es nicht auch Sitzmöbel. Sitzmöbel brauchen wir. Das ist die Frage. Okay, ich werde erst mal meine Sachen nehmen, weil mein Haus richte ich eh erst später ein. Das ist dann schon in Ordnung. Auf Wiedersehen und bis bald. Ähm... Aber ich soll auf jeden Fall Möbel fürs Restaurant bei ihm kaufen. Okay, ich habe, glaube ich, was übersehen. Ähm... Ja, natürlich. Dann brauche ich erst mal... Dann ist die Couch halt für mich. Sagen wir es so. Ist die Couch für mich. Ich gehe mal kurz Sachen verkaufen. Und dann komme ich gleich wieder. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Und jetzt zaubern wir einfach mal ein paar Gerichte. Und gucken mal, ob wir dadurch dann mehr Geld bekommen von ihm. Einfach mal alles zusammen schmeißen. Ja, ich glaube, das sollte reichen. So, jetzt haben wir den Tiefmann freigeschaltet und wir haben ein paar... Oh ja, das sieht sehr gut aus. Ein paar Sachen gekocht, nenne ich es jetzt einfach mal, die wir gleich auch verkaufen können. Oh ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ob das allerdings reichen wird und wir auf die 2000 noch was, glaube ich, kommen müssen, also ich bin mir unsicher. Wir versuchen es einfach mal. Hallo, Kumpel. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich kaufe jetzt einfach mal ein Zehnmal Salat. Danke, Goofy. Also wird das eher eine Folge, wie wir erstmal ein bisschen Geld zusammenkriegen müssen. Jetzt nur noch gießen. Ich glaube, ich erweitere unseren Garten mal. So. 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 Okay, dann gehen wir jetzt da nochmal was einsammeln. Und dann beginnen wir einfach mal Bergbau. Vielleicht bekommen wir da ja ein paar Kristalle raus, die wir dann nachher verkaufen können. Oh, das sieht doch gut aus. Da ist noch so ein Stein. Ich weiß noch nicht, was man mit denen machen kann. Ich werde auf jeden Fall nicht alle davon verkaufen. Einfach nur, dass wir jetzt am Anfang ein bisschen Geld haben, um voranzukommen. Okay. Okay. So. Manchmal hat man ja Glück. Manchmal ist da ziemlich viel Cooles auch in diesen Steinen. Das andere kann ich sowieso gut gebrauchen, um die Kopfsteinpflaster herzustellen. Ah, okay. Moment. Oh, wie cool. Ein Puzzleteil. Das ist doch unsere gute Fee gewesen. Die kennt man doch. Ist hier noch was? Oh ja. Cool. Ach, eine Truhe. Geil. Die spawnen auch echt überall. Oh, das können wir gut gebrauchen. Moment. 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 Da kam was Rotes geflogen. Sehr gut. Okay. Okay, jetzt gehe ich nochmal einmal schnell nach Hause, weil ich der Meinung bin, ich habe in meiner Truhe, oh, wir können gleich ernten, das ist super, ich habe in meiner Truhe auch noch ein paar Kristalle. Ich nehme die jetzt einfach mal mit rüber. Okay, die bringe ich rüber an, die bringe ich rüber an. So, die anderen Sachen brauche ich. Ich weiß nicht, warum er sagt, dass ich die aufbewahren soll. Vielleicht, Dagobert hat bestimmt irgendwas gesagt, was ich wieder übersehen habe. Bestimmt. Dann kochen wir jetzt einfach nochmal drei Sachen. So. Ein bisschen Geld kriegen wir auf jeden Fall. War das Geräusch gerade bei mir? Bin mir gerade nicht sicher. Dann ernten wir hier nochmal fleißig. Ah, wie cool. Es gibt auch so... Das ist sehr cool. Dass es so manchmal einfach Gemüse gibt oder wahrscheinlich auch Obst, wo man sehr viel auf einmal nachehrenden kann, weil es wahrscheinlich eine bestimmte Qualität hat. So, dann gießen wir das hier auch nochmal. Und gehen einmal runter zu Goofy. Genau, wir wollen unsere Sachen verkaufen. 13 davon. Ja, komm, machen wir einfach mal drei verkaufen. So, jetzt kommen wir, glaube ich, gut auf unseren Soll. Bescheid! Hallo! Ja, perfekt. Perfekt. Auf Wiedersehen und bis bald. Dann gehe ich mal einmal zu ihm ins Haus. Ah, da ist er ja. Hi. Schön. Okay, jetzt brauchen wir eine gut ausgestattete Küche. Okay, super. Jetzt sollen wir schon irgendwas für ihn besorgen. Danke! Karotte, Himbeere, Weizen. Okay, dann heißt es also noch mehr Gartenarbeit und Sachen ernten. Ja, cool, dann würde ich sagen, nächste Folge ist eine reine Gartenarbeitsfolge mit ein bisschen Sachen sammeln und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Okay, ciao!